Musik Und damit herzlich willkommen zurück bei Death Road to Canada. Wir sind immer noch unterwegs. Unser Auto ist kurz vorm Kaputtgehen. Sollen wir es versuchen zu reparieren? Pops the hood of the car. She somehow manages to get the car running, but it takes a full day. The next time this car breaks down, Santa won't be able to repair it unless her mechanic's skill is higher. Okay, ja, müssen wir mit leben. Wir hätten die Hunde das reparieren lassen müssen. Nein, bringt nichts. So, wow, it's speedy. It's nice to see if all your face is sitting in the park really. What? Das ist das Phänomen, was ich dir schon mal erklärt habe. Ich habe offline, also ohne Aufnahme schon mal ein paar Mal gespielt und habe dann auf einmal zufälligerweise seinen Charakter getroffen, also Jeef. Okay. Okay. Cool. Ich bin wieder da. You speedy is da. Last in Buch. The group encounters a library in a town that seems to have mostly burned down. Speedy finds a single book that avoided being really damaged by the fire. What was the book? Gigantic repair manual? Ja, das ist leider nicht zu befurzen dabei. Speedy's mechanical increases. Ich hätte es jetzt eigentlich gerne einen Sender gegeben, aber ist egal. Bark. The group couldn't find any safe shelters, but was able to cobble together a campsite. The weather is terrible. Obi thought the weather was nice. Obi is auch sehr schräg drauf. Ich glaube, ich könnte mich auch irren, aber ich glaube, er ist eine Anspielung auf Odi. Es ist aber mein erster Speedy, nicht der Speedy mit dem Cowboyhut leider. Ja, das stimmt. Das sieht anders aus. The group can't find the car keys. After a while, they spot the keys laying inside a gator's open mouth. Natürlich. After most humans disappeared, Alligators started spreading across the entire East Coast. It's rumored the gators may eat zombies and car keys. And car keys. Speedy wrestles the gator. Speedy tires out the gator's gator. Obi just grabs the keys. Obi shoots the gator. Das ist alles wundervoll. Du darfst entscheiden. Ähm, ich erschieße den. Der Hund erschießt das Krokodil. Die haben ein dickes Fell. Äh, dicken, lederartige Haut. Na schön, du wrestlest mit dem Alligator. Ich würde sagen, Obi holt sich einfach die keys. Ich würde sagen, du wrestlest mit dem Alligator. Du darfst ihn erschießen. Äh, ja. Pew. Shoots at the gator, whiffs the shut, the gator swallows the keys and waddles away. Wir haben es überlebt. Ja. Car abandoned. There's nothing life-threatening about it. It's just a long and miserable walk. They get bruised and battered in multiple small. Wir sind alle hört. Puff. While walking alongside a large stream, Obi notices some fish in the water. Obi tries, their luck goes into the water and tries to catch some fish by hand. But some miracle, Obi is able to catch a decent-sized catfish. Das ist in der Tat ein Wunder, weil Obi keine Hände hat. Er ist ein Hund. The group finds a long road full of abandoned cars and a zombie that may be used to own them. There must be a lot of gas still in their tanks and there must be a car that still runs. There must. There must. Look for a good car. Ich bin ein Hund. Oh, meine Güte. Äh, Speedy, du darfst und Golfschläger. Du willst nicht Speedy spielen? Ja, was meinst du, warum ich den ausrüste? Ach so. Hier, die Pistole ist fast leer. Oh. Jetzt geh mal auf Dean. Nee, ist nicht mehr ausgerüstet. Ich wüsste zu gerne, wie das geht. Gib mir mal eine Waffe. Irgendeine Waffe, die nicht so unbedingt super wertvoll ist. Einfach nur, um zu gucken... Der Cain. Nein, ich bin Obi. Oh. Einfach nur, um zu gucken, ob ich dann mit der Waffe ausgerüstet starte. Du warst ein Baseballschläger. Hm. Bin ich doch Dean? Dann bin ich doch Dean. Äh. Du wirst es an der Waffe sehen. Ich werde es an der Waffe sehen. Nee, die habe ich jetzt liegen gelassen. Wohingegen Obi... ...mit dem Baseballschläger zuhaut. Hm. Ich schwitze. Speedy hält sich gut. Vielleicht treffen wir ja auch Dean. Ist er nicht drin? Speedy ist aber auch Warrior, das heißt Stark. Das ist wieder typisch. Ich frage mich, woher er und die Hunde sich kennen. Das ist irgendeinem vergangenen Run. Ja, Zombies. Snap. Und Angriff. Angriff der Killertomaten. Warum gibt es in diesem Spiel keine Killertomaten? Wir können uns nicht darauf verlassen, dass es in diesem Spiel keine Killertomaten gibt. Hat das hier unten vielleicht noch was? Nope. Nein. Hat es nicht. Nur Untote. Oh Gott, ich bin nutzlos. Treffen wäre mal fein. Bist du der Dackel oder der Beagle? Ich bin offenbar der Dackel. Ich bin dann doch Dean und nicht Obi. Wer spät? Lecker. Benzin absaugen klingt nach einer unglaublich angenehmen Tätigkeit. Du musst es ja nur einmal ansaugen. Dann kriegst du trotzdem was in den Mund. Kannst du nicht vermeiden. Aua. Kriegen wir das hin? Ja, das dürften wir hinkriegen. Oh, das war's, wa? Na, hinten sind noch welche. Einige. Ein oder zwei, scharrenweise. Aua. Da ist noch ein Auto, was ich absiffen kann. Mit Munition. Okay. Ich begebe mich mal in Position. Anstrengend. Oh, ist noch was. Ja, du darfst. Hunde können sowas, natürlich. So, das, da ist noch eins. Holst du's gerade? Okay, da ist Munition noch drin. Ich schau mal gerade hier unten. Ja, wieso muss man sich in diesem Spiel eigentlich sportlich betätigen, um stärker zu werden? Man sollte meinen, dass das, was wir hier tun, schon Training genug ist. Mir tun schon die Hände weh. Kannst du ja mal die Belüftung von dem Controller anmachen, das hilft. Ah. Jetzt so hat er. Ist halt so. Tadam! Zwiebel! Wa? Ah. Da hat gerade einer gebarft. Jetzt bin ich Speedy. Ist halt so. Lassen wir die gerade mal da unten. Hey, Speedy, komm her. So. Oh. Ähm. Hier ist... Rein mit uns. Ich versuch's. Ich versuch's. Nein! Baf! Jetzt bin ich schon wieder allein. Was macht ihr die ganze Zeit? Okay. Wir sehen uns gleich wieder nach einem Cut. Hallo. Und ja, das war ein kurzer Cut. Da hatten wir gerade Besuch an der Tür. Baf! Es ist jetzt ein Moment später und jetzt geht's weiter. Ich bin ganz alleine in einem Gat-Fat-Wagen. Speedy hat's nicht überlebt. Die beiden Hunde haben's nicht überlebt. Aber immerhin Auto. Sporting Goods oder Junkyard. Junkyard könnte theoretisch Auto bedeuten, aber ich hab' ein Auto. Ich wollt' grad sagen. Mit einer miesen Mileage. Sporting Goods da. Sluggish. Das ist gut. Und ich lebe immer noch. Aber meine Schrottflinte ist weg, weil die Speedy dabei hatte. Da-dum. Da-dum. Ah. Vielleicht findest du einen Hund. Nicht hier. Ja, da wär' ich mir nicht so sicher. Du hast schon Hunde an ganz anderen Orten gefunden. Das kann gut und gerne sein. Ah, Schrottflinte. Na siehste. Angelrutsche. Auch nicht schlecht. Wahrscheinlich ist das die beste Waffe. Und ein Hockey-Stab. Ich sag' ja, wir nähern uns Kanada. Ist das eine Rostige? Oh. Probier' wir's doch mal. Hier liegt nämlich noch ein. Ja. Mach' hat' die! Und mach' hat' die Kills! Mach' hat' die Kills! Mach' hat' die Kills! Okay, die ist sehr anstrengend, die Waffe. Da liegt aber Dosenvater. Schon wieder Essen im Kühlschrank. Na, merkwürdige Gegend. Du musst ja dringend angewöhnen, die Türen zuzumachen. Ach was. Mach' hat die Türen zu! Was hat der dir getan? Der stand einfach nur da. Yes! Warum findest du immer diese komischen Waffenhalden, wenn du alleine unterwegs bist? Ich glaub' das Spiel will dich einfach nur ärgern, so von wegen, oh du kannst nur noch, du hast niemanden mehr, der Waffen für dich trägt? Guck mal, ganz viele Waffen! Äh, Cowboy-Rifle und ich hab' eine Schrottflinte oder eine Pistole oder die Machete. Ich will eigentlich die Machete behalten, die ist cool. Aber die ist rostig, die zerbricht also wahrscheinlich recht schnell. Habe ich gleich sehen! Aber bis jetzt hält sie. Oh, Toilettenbenzin, glaub' ich. Bleh. Toilettenbenzin. Hast du was anderes erwartet? Es ist aber auch immer Benzin. Nein. Und manchmal Munition. Beim Essen wär' ich vorsichtig. Aluminium-Bett. Der dürfte mir wirklich nicht so schnell zerbrechen. Jetzt frage ich mich allerdings ein bisschen, was Macheten in einem Sportgeschäft tun, aber gut. Ähm, Survival. Ähm. Macheten? Ja, gut, okay, okay. Ich hätte auch als Antwort akzeptiert, Amerika. Merika! Fuck yeah! Lass dich jetzt nicht umbringen! Wenn du dich jetzt umbringen lässt, mach' ich dich kalt. Oh! I hope that's just ketchup. Ach, zu schade. Dang it! Aber gut, ich würde sagen, das war's dann erstmal für diesen Run. Wir müssen uns gerade erstmal erholen. Das sind jetzt mehrere Stunden Aufnahme. Ja. Ähm. Danke für's. Viele Tode sind wir gestorben. Viele Tode sind wir gestorben. Wir sind aber bis auf ein paar Tage schon an Kanada rangekommen. Neun Tage oder sowas? Oder acht waren's? Ja, von 14. Also. Ja. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Aber das seht ihr in einer weiteren Folge von Death Road to Canada. Ciao!